Und damit ganz herzlich willkommen zurück zum Let's Play Interna Drones und die Elektriere und die Kluft, ja, ein bisschen letztes Mal hier stehen geblieben. Ähm, ja. Gehen wir mal weiter. Jetzt mal dürfen wir wieder ein paar Waffen auswählen. So, und jetzt kommt hier irgend... Ja? So. Aber die Pfeile waren wir auch weg. So, jetzt kommt gleich wieder... Ja. Die Elfenbeinjäger. Ja. Ding recht flott. So. Und da ist auch schon das Elfenbein... ...Lager. So. So, da kommen auch schon die Nächsten. Da hinten auch noch ein... Ja. So. Hier noch irgendwo einer. Ah, der tut an wie es hier. Also irgendwo muss der noch... Oder? Oder jemand? Ne, doch nicht. Naja. So, bevor wir zu der Brücke gehen... Irgendwas mal das kaputt. Na ja. Jetzt haben wir eine größere Feldflasche. Da kann ich mich... Mit der Feldflasche kann ich nicht kämpfen. Jetzt holt irgendwie das Pistole. So. So. Hier war nix. So. Draußen war... Na mach eh damit schon. Na mach eh damit schon. Was wir nicht brauchen, nehmen wir auch nicht mit. Die Brücke sieht halt aus. Pass auf, wenn du sie überquerst. Ja. Ja. Na ja. Ist zwar irgendwie... So. Mal gucken ob jetzt Krokodil nicht abschießen können. Das meinen wir haben ja ne bisschen. Ja. Kommen wir sogar. Aber... ... ... ... ... ... ... ... Gegen Toten-Shit-Less-Gott. Ich sage mal. So. So. Jetzt ist der erste tot. So. Wir nehmen noch mal so einen Schädel. So. Mal gucken, ob wir das auch wieder hier locken können. So. 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 Mal gucken, ob wir das auch wieder hier locken können. So. 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 Gut, und damit war es auch schon. So. Da ist sie, Korowato. Hm, nicht ganz mein Typ, die Kleine. Na, ich kann den Typ in die... Du stehst mal auf junge Dinger, stimmt's? So. Noch nicht hoffen? Stimmt's, jetzt müssen wir erst öffnen. So. Ah, da drin liegt auch ein Skelett. So ein Abobstung-Marker-Typ da, ja. Nehmt einfach mal ein Schrotflinter. So als Gegner kommen. Ja. So. So. Wir betätigen, und dann... Ja, die Zeit wäre da schon lange keiner mehr drin gewesen. Na ja, auch gleich Zugang, naja. Scheint alles richtig von zu Hause zu sein. So, wie war das denn jetzt? So. Richtig im Moment immer abspringen. Das Problem mit den Kogokinen, die haben wir zum Glück ausgeschaltet. So. Ja, und da ist ja auch schon das Ende und da würde ich sagen, wir sind beim nächsten Part von Let's Play. Interna Johnson, die der Kalkai verkauft. Bis dahin, eine wunderschöne Zeitung. Okay. Kalkai.